Jetzt ist also der grosse Moment, er steht neben mir den nigelnagelneuen GAR, den nigelnagelneuen Teamcar vom EHC Olten. Und was man zu dem GAR sagen kann ist, er wird den EHC Olten zu 30-Auswärtsspiel begleiten, natürlich auch noch mit einem Fancar hin. Und jetzt der grosse Moment, wo die Leute einen Blick voll nehmen können und ich würde sagen, das machen wir hier doch auch, gehen wir mal rein. Auf jeden Fall, man hofft sich natürlich einiges jetzt mit dem neuen GAR, klar, es ist wichtig, wenn ich hier drin sitze, auch für die Jungs, das ist vor allem sehr wichtig. Ja, es ist sehr überquem, es ist wirklich ein wunderschöner GAR, ich denke, an den Aussendörern haben sich wirklich Mühe gegeben und ich denke, dass wir in diesem GAR auch zu erfahren werden. Ja, wenn wir da raus schauen, er reisen Menschen, Moiti und da kann das Spiel analysiert werden, sehe ich gerade. Das ist für uns neu, so einen Bus zu haben, wir finden ihn frech, mutig und auffallend und er ist einfach toll. Der ist absolut der Hammer, also genial, wie das gemacht wurde. Da haben auch viele Pünktinnenplätze, wir sind gespannt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020